Grüezi miteinander. Mein Name ist Bea Knüssel. Ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Firma Erfolg Plus. Wir haben uns spezialisiert auf Begleitungen von jungen Firmen, die im Dienstleistungsumfeld einen Erfolg haben wollen. Wenn wir das machen, dann sind wir häufig darauf angewiesen, dass man schnell zu einem Ziel kommt. Früher haben wir dicke Business Plans geschrieben. Das macht man eigentlich nicht mehr. Heute hat man die Möglichkeit, dank der sogenannten Canvas-Methode, dass man schnell zum Ziel kommt. Die Idee ist ja so, man hat ein grosses Whiteboard. Man teilt das in die vorgängigen Sektoren einteilt. Und nachher, die die Geschäftsidee hat, ausfragt. Man schreibt dann immer schön Zettelchen. Ich habe das hier auch gemacht, darum ist das sofort schön voll. Und wenn die Zettelchen dann da sind, da braucht man vielleicht 3 Viertelstunde, vielleicht eine gute Stunde, platziert man das, zurücksteht und überlegt, ob das Geschäftsmodell sinnvoll ist. Vielleicht sieht man, dass in einem Bereich etwas nicht so ausgebrochen ist, dass man dort noch mal Gedanken machen muss. Und meistens sucht man aufs Pass von diesen Dokumentaren dann eine entsprechende Businessplan-Idee zusammenstellen, damit man dann finanzieren und zur Bank gehen kann. Ich würde das allen, die dazu lassen, wärmstens das Herz legen. Es ist eine gute Sache. Man ist relativ schnell. Und das gibt einem Jungunternehmer auch die Idee und auch die Kraft, dass er relativ schnell die Knackpunkte identifizieren kann. Wir von Erfolg Plus, wir helfen Jungunternehmer bei diesen Unternehmungen. Wir stellen dann die dummen Fragen und das gibt dann gleich noch eine Zusatzfrage. Danke vielmals fürs Zuhören und wiederhören. Zuhören und wiederhören. Zuhören und wiederhören. Zuhören.